So, ein weiterer Bomber. Ja, und natürlich sind es wieder die Immigranten, die Altersschwede. Immer auf die Immigranten alle schieben. Oh, warte, ich habe vergessen zu lesen. Okay, ein ID-Simplement. Okay, da sind diese kleinen Dinger, ja. Die, ja. Steht alles über die Identität. Diese Kopfelwix, das passt. Äh, bis zum 11.12. Das passt. 84, 177. Wann-Goski, das passt. Rein mit dem Einer. So, Münzen. Oh, Agrikultur. Ein halbes Jahr. Äh, muss er nicht so ein Ding ins hier vorlegen. Äh, Entrypermit. Ah. Was ist das? Ach, ja, gut. War ein Abflug. Ah, meiner. Okay, du hast noch was für mich. Hier, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, das war ein bisschen mehr. Münzen. Münzen. Arbeit. Ein Monat, das passt. Bis zum. Anna Novak. Das passt. So, na, aha. Sogar ganze 4 Kilo. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung dafür. Durchsuchen. Ich breite mich schon mal vor. Oh, alter, Schwede. Eine ganze Küche an Messern hat hier. Alter. War man das? Äh, warte, 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 äh, nicht zu feierlich, warte. Äh, so, jetzt könnt ihr. Äh, so, jetzt könnt ihr. So, weiter jetzt. Münzen. Oh, ein Diplomat. Brauchen die auch so ein Teil? Ne, brauchen sie nicht, okay. Äh, mal gucken. Für Arstotzka haben sie. Das müsste passen. Ah. Ah. Äh, ja, gut, dann. Mannabflug. Okay, also, wo soll ich hier anfangen? So. Ne, hat sie verloren. Ähm, oh, ihr habt das Spiel gewonnen. Ja, ich kann dich und Dinge nicht reinlassen. Oh, alter. Nummer 1. Sorry. Du, äh, ich kann die nicht reinlassen, Kollege, sorry. Uh, äh, hier, Kollege. Ich hab was für dich. So. Gut, ich würd sagen, du bist clean. Ich glaub, die Typen, die Ingenieure sind, die haben eigentlich kaum Fehler, deswegen. Das sollte so passen. So, was haben wir nicht hier? Ja, Statistik. Arbeit, ein Jahr, das passt. Das passt. Sieht hier aus, 51, 1,50. Kollege. Oh, Mann, nee, das stimmt ja wirklich. Ah, gut, mach dich rein. Ich behalte dich im Auge. So. So, Aldoi. Was für ein Männerbusch. Ah, super. 76, 1,80, das passt, äh, ist das ein Gouty? Ja, okay. Ach, der 12, das passt, das passt, das passt, das passt, Markowski, ah, passt, komm rein. Komm rein. Hä? Ach, ein Welle, Jen. Ach. Trick. Na gut, was haben wir nicht hier? Ähm. Ingebriten. Wochen, okay, das passt, aha. Sorry, Kollege, du kannst dir aber nicht rein. Ja, du hast ein bisschen, ähm, Bruch, ja, sorry. Okay, ähm. Wir brauchen gar nicht mehr weitermachen. Oh, das, oh, Mann, nee, Leute. Was hat jetzt gesagt? Ein paar Wochen, ja, passt. 59, 169, okay, gut, oh, Mann, ey. Zeitverschwendung, ey. Mann, ich hab keine Ahnung, ob das selbe Name ist, okay, sollte passen. Ist Enque in Import? Oh, ja, war's okay. Ja, gut, komm rein. Komm, ist noch Träubel. Oh, ein Diplomat, haben wir Arstotzka, das haben wir. Und diesmal ist der Pass sogar richtig. Jurkositi, warte, war Jurkositi, war ein Kollege? Ähm, ja. Okay, FAULA, F, jo, sieht mir in Ordnung aus. Hä? Was, der, oh, Mann, das Ding war falsch. Na gut. Kann ja noch passieren. Stevenson, John. 81, aha. Da hat jemand, na gut, bei dem würde ich das sogar glauben, wenn er zugenommen hat, halt so. Das ist Zeich auch. Okay, gut, du wirst, du hast einfach noch ein bisschen zugenommen. Okay, alles super, rein mit dir. Willkommen, wenn dir das Zeige gefallen. So, Hütze brauchen wir erstmal nicht. Gut, weiter jetzt. Was soll das heißen? Wir haben hier viele Kriminelle. Nicht in meinem Arstotzka. Okay, Politik. Oh, wir haben jetzt Kriminelle. Alter Schwede. Na dann. Das geht so. Oh, Mann, das wäre ja voll der Zufall, wenn gleich der Erste, der hier reinkommt, gleich ein Krimineller ist. Guten Tag. Oh, was haben wir denn da? Sie sind doch nicht etwa. Warte, ich muss hier nochmal ganz kurz. So. Okay, wäre ich mit ihm. Oh Mann, ich habe jetzt so viel Schrott hier rumliegen, Alter. So. Moinsen. So, Arstotzka, Kolechia. Okay, ich sollte... Nach dem, was beim letzten Mal passiert, sollte ich lieber zweimal schauen, ob das passt. Jurko Sitti, Arstotzka, das passt... Puh... Aha. Ich glaube nicht, dass das hier ein B ist. Äh, so. Changed Fingerprint. Und... Oh Mann, der hat ja wirklich zwei Namen. Äh, ha, ha, ha. Ach, Missgeschicke können ja mal passieren, haha. Äh, das bleibt da unter uns, ne? Haha. Willkommen in Arstotzka. Ui. Immigration, Alter. Beste Entscheidung. So, ähm... Chigli, okay, das passt. Zwölfter, zwölfter... Äh, das ist... Ich denke nicht, dass das ein Sieg ist, 97 sind, Kollege. So, zeichnen wir jetzt eine Grafe, ja. Oh, 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 hier gibt's... Schon das erste Problem hier. Eieieiei, ähm... Kleiner Moment, so. Welch mit ihm? Meinsen? Oh, ne, ich werde auch hier. Ne, mein Kollege. Äh, 8er, zwölfter, das passt. Na gut, die, ähm... Dingens, Ingenieure sind meistens sauber, deswegen. Reimidio. So, Mann, der Flug. Okay, ähm... Also, erstens sollte man als Diplomat wissen, dass man einen Pass mit sich haben muss. Nur so ein kleiner Pro-Tipp. Hier wird... Ach, Leute. Da-da... 94, okay. Oh, Mann, das passt sogar alles noch. Na gut. Ach, Reimidio. Hallo. So. Aha. Kriminell. Warte. So, jetzt kommen wir. Ja, ob ein paar Fragen... Mir gefällt ein Ton nicht. Ach, dieser Ton ist doch gleich viel besser. So, ob wir die Woche vielleicht ein bisschen mehr während der Woche... Yo, was geht denn hier ab? Alter Schwede. Kriege ich eigentlich zwei Bonusse, wenn ich beide Rotstempel... Nee, gar nicht kriege ich. Okay. Na gut, wenn das so ist. Okay, wir haben hier ein kleines Problem, Kollege. Visit für zwei Wochen. Na gut, wie nächstes passt das. So, herren mit den Griffeln. Aha, hier stimmt auch was nicht. Der nächste Kriminelle hier im Land. So, wech damit. Okay, ähm... Hier fehlt schon mal das Ding, ja. Was hat sie gesagt? Aristotzka, äh, Requi... Ihr habt ein Kollege. Kommst nicht nach Aristotzka. Sollen wir hier altern. Riedl, Markov. Riedl, Markov. Und eins. Ja, aha. Das wohl jemand ein bisschen zugenommen, ne? Zeige ich mir ja den Speck. So, what hat man hier so schönes? Ach, die klassische Bombe. Der Klassiker. Ähm... Welch mit ihm? So. Äh, ja, das... Uh, uh, wartet, äh, ich hab noch was vergessen. So, jetzt könnt ihr... Ein Ford mit ihm. So, Lindahl. Bessing through, Kapell Wix, das passt. Westkristin. Äh, die Nummer passt. Das passt. Wie sieht's hier aus? 18. Aha. Und dabei haben wir noch nicht mal Weihnachten. Äh, hier muss ich. So, zeig' ich ja mal her den Speck. Sonsten passt eigentlich alles. Was hat man hier? Ah, das ist gut, alte Küchen-Set. Ähm... Ich bräuchte mal einen Moment, so. So, dann kommt jetzt noch das rote Stempelchen. Und dann ist es super. Der Nächste. Münzen. Äh... Arbeit. Statistik. Äh, aber dir fehlt noch. Das neue Ding. Und ohne das neue Ding kannst du ja Leder nicht rein, meiner. Hier ist es okay. Wo ist der Fehler? Ah, abgelaufen. Wie könnt ihr überhaupt abgelaufene Sachen haben, wenn wir das erst seit zwei Tagen oder sowas haben? Ich... Ich raff das nicht. Äh... Ich muss hier mal kurz... Werde ich mit ihm. So, eins schaffen wir auf jeden Fall noch mal. Gucken wir, ob wir vielleicht noch zwei schaffen. Collegia, die Collegia, die fehlt noch was. Das Ding, ja. Transit, zwei Tage. Du... Leute. Das kann ich nicht arbeiten. Ey, ist das Jodi? Das... Das ist Jodi. W... Äh... Was? Das... Das ist Jodi. Hat er sich jetzt einen neuen Namen gegeben und... Äh... Das ist doch dasselbe Land. Alter, wat? Na gut, das Ding ist sehr gelaufen, also. Ich mit ihm. Nein, äh... Ja. Leute. Ich hab's gleich. So, jetzt haben wir's. Ach, Jodi, ey. Was sollen wir mit ihr machen? Hätte ich sehr schon das Thumbnail. Jodi ist wieder da, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Dann bin ich jetzt einfach nur alle enttäuscht, was dieser Typ hier war. Na gut, kannst du nix machen. So, es ist kalt, aber wir sind nicht hungrig. Ne, doch, wir... Ne, doch, okay, wir sind nicht hungrig. Gut. Wenn, aber wir sind, ja. Wir sind dr. チャ